Musik Hey Leute, willkommen zu einem kurzen Info-Video Ja, ich zeige euch einfach mal, was mein Problem ist Ich schlappe mich kurz mal ein Soweit noch alles gut Und sobald ich irgendeine Welt betreten möchte Ja, leid es nicht Und Seven Chunks Und irgendwann kommt ein Black Screen Und ich habe keine Ahnung, was da los ist Ich habe alles ausgerührt Ich bin gelöscht Ich habe wirklich alles gemacht Hoffe ich zumindest Und ja, wenn ihr mir weiterhelfen könnt Also das heißt, es gibt im Moment jetzt erstmal leider keine Minecraft-Videos Weil ich das Problem noch nicht behoben habe Vielleicht wisst ihr mehr Vielleicht könnt ihr mir helfen Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt Und ja, tut mir leid Und bis zum nächsten, hoffentlich bald folgendes Minecraft-Video Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao